Hallo Garmisch-Bartenkirchen! Hallo Garmisch-Bartenkirchen! Heute ist ja nicht so weit weg, gell? Also erstmal danke für die Einladung, es freut mich sehr, dass ich heute hier reden darf. Ursprünglich wäre eigentlich unser Landesparteiobmann, der Markus Abwärts geeinladen worden. Der ist aber leider terminlich verhindert. Den soll ich entschuldigen und auch von ihm schöne Grüße ausrichten. Aber es freut mich natürlich umso mehr, dass ich heute hier vertreten darf. Auch in Österreich haben wir Riesenprobleme. Ich habe auch in der Zeitung gelesen, dass dieser eine Asylant, der anscheinend sexueller Belästigung vorgeworfen wurde, der jetzt eh nicht mehr im Landkreis ist. Da frage ich mich, wo ist denn der jetzt, in einem anderen Landkreis? Das kann doch nicht die Lösung des Problems sein. Bravo! Wir wollen kastrieren die Schweine! Wir wollen kastrieren die Schweine! Bravo! Wir wollen kastrieren die Schweine! Bravo! Wir wollen kastrieren die Schweine! 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 Bravo! Wir wollen kastrieren die Schweine!